Ja, Mahlzeit oder auch einen schönen guten Tag. Das ist feine Pakete auspacken Teil 7 und ich habe jetzt hier schon wieder ein paar Sachen, aber eigentlich fehlt noch eine Sache, die ich gerne mit gezeigt hätte, aber die lässt noch auf sich warten, also kann durchaus noch eine Woche dauern, bis das da ist. Vielleicht kommt es jetzt aber auch innerhalb der nächsten Tage, dann schiebe ich das nochmal nach und zeige das vielleicht mal kurz in einem separaten Video, weil es ist wirklich eine coole, große Sache. Auf jeden Fall, ich habe hier wieder was vorbereitet, das ist von Ebay Kleinanzeigen und der Verkäufer hat das wirklich sehr, sehr gut verpackt, deswegen halt schon die Vorarbeit. Ja, und hier drin ist es halt auch sehr ordentlich, also mit ordentlich Luftpolsterfolie. Und was haben wir hier drin? Erstmal die 75226, das Inferno Squad Battle Pack und sehr, sehr coole Sache, das ist das letzte Battle Pack, das mir noch gefehlt hat. Jetzt habe ich endlich alle. Und die Figuren, die werde ich dann genauer in dem nächsten Road 2000 Lego Star Wars Minifiguren Video zeigen. Und dann habe ich noch ein Set bei dem Verkäufer gekauft und zwar gut hier die Teile und hier sind die Figuren mit dabei. Vielleicht kann man es ja erkennen, wer es ist. Das ist Poggle aus der 75017, dieses Duell on Geonosis. An sich juckt mich das Set, diese Bauten da überhaupt nicht. Das ist ja so eine Art Kampfset, wie dieses Duell on Mustafar von Anakin und Obi-Wan oder zwischen Rey und Kylo Ren auf der Starkiller Base. Juckt mich jetzt nicht so wirklich. Allerdings halt wegen Poggle. Poggle, finde ich, ist eine sehr coole Minifigur. Und von daher wollte ich den unbedingt haben. Natürlich haben wir dann hier auch noch einen schönen Count Dooku mit dabei und einen Yoda. Was leider fehlt, ich habe es halt auch zu einem guten Preis bekommen, ist, ich zeige nochmal die Anleitung, dieses Todesstern-Hologramm hier. Ja, schade. Und Count Dookos Laserschwert fehlt auch. Da werde ich dann nochmal ein bisschen investieren müssen. Also dieses Todesstern-Hologramm kostet, glaube ich, so 2 Euro auf Bricklink. Und dann ist das aber auch komplett. Weiter geht's mit dieser kleinen Sache von Amazon. Und zwar haben wir hier drin... Oh, okay. Diesen Microfighter noch von Kylo Ren. Der war Anfang Januar, muss man sich mal überlegen, verfügbar. Und die haben dann sicherlich noch auf ihre Fuhre gewartet von diesem Set. Das konnten sie jetzt erst Mitte März liefern. Naja, wenigstens habe ich es noch einmal bekommen. Ich hatte es nämlich davor noch nicht. Von daher werde ich das auch original verpackt lassen. Höchstwahrscheinlich original verpackt lassen. Und ja, dann in meine OVP-Star Wars-Sammlung mit aufnehmen. Außerdem, ich durfte letztens einen neuen Zuschauer auf dem Kanal begrüßen. Der hat einen sehr freundlichen Kommentar geschrieben. Wenn du das siehst, sei gegrüßt. Du hast ganz interessiert gefragt, was es denn für ein Lego-Star-Wars-Set geworden ist. Weil ich habe halt auch geschrieben, dass ich mich mit jemandem von Ebay Kleinanzeigen getroffen habe, um dieses Set zu kaufen. Die 20 Jahre Slave 1, die hat mir noch von den 20 Jahre Sets gefehlt. Mir fehlt jetzt nur noch der Snowspeeder. Ansonsten habe ich dann alle 20 Jahre Sets. Aber der Snowspeeder, der ist ganz schön teuer. Von daher mal gucken, ob ich den irgendwann noch bekomme. Ich bin auf den jetzt auch nicht so extrem aus, muss ich sagen. Ansonsten mit OVP. Ja, die ist beschädigt. Aber der Verkäufer, der war halt auch sehr freundlich. Und wir haben uns da gut einigen können auf einen vernünftigen Preis für uns beide. Von daher, so wünscht man sich das. Und... Ja, ich wollte noch kurz hier die Figuren zeigen. Also, das war halt auch ein Vitrinen-Modell. Die Figuren, die sind in einem sehr guten Zustand. Also, neuwertig. Und so macht das wirklich richtig Spaß, auf Ebay Kleinanzeigen mit Leuten in Kontakt zu treten und mit denen Geschäfte zu machen. Und dann kommen wir zum letzten, aber auch zum größten Paket. Dann kommt jetzt halt auch mal mein Messer zum Einsatz. So. Und mal gucken, was hier drin ist. Es ist von Lego selber. So. Erstmal zeige ich die kleinste Sache. Und zwar dieses Figuren-Paket von den Avengers. Gab es für 10 Euro. 10,50 Euro oder so. Und da dachte ich mir, kannst du jetzt nichts falsch machen. Vier Figuren. Vier solide Figuren. Vor allem halt Black Widow finde ich hier cool. Und von daher habe ich es jetzt einfach mal. Dann gab es ja auch noch das GWP. Und daran hat mich auch einer von euch erinnert, dass es dieses GWP gibt. Ansonsten hätte ich das vergessen. Und zwar das Amelia Earhart Set. Cool, dass du mich daran erinnert hast. Ich spreche dir meinen Dank aus. Und auf jeden Fall, das wollte ich unbedingt haben. Schön, dass ich es habe. Ich werde das Original verpackt lassen. Und mit halt zu meinen anderen GWPs stellen. Und was wir dann hier drin noch haben. Sehr. Oh, das ist schwerer als gedacht. Jawohl. Die Saturn V. Sie passt kaum aufs... Oder sie passt nicht richtig aufs Bild. Auf jeden Fall hat mich das so gefreut, dass die Saturn V nochmal neu aufgelegt wurde. Damals, als die Saturn V auf dem Markt war, habe ich mich dafür überhaupt nicht interessiert. Aber jetzt, naja, mit zunehmendem Alter, hat sich doch mein Interesse dafür entwickelt. Und richtig cool, dass es dann jetzt halt doch noch verfügbar war. Von daher habe ich es mir jetzt schon mal geholt. Ich habe halt auch Lust, ein bisschen was zu bauen. Die werde ich auch aufbauen. Und dann wird auch darüber bald das Review kommen. So, und dann habe ich jetzt hier nochmal alles so aufgebaut, damit man es halbwegs sehen kann. Also der Karton von der Saturn passt immer noch nicht richtig ins Bild. Allerdings soll das jetzt auch nicht weiter stören. Wieder schöne Sachen. Natürlich, ich kaufe mir halt bloß das, was mir auch selber gefällt. Wenn ich jetzt ein Highlight aussuchen müsste, dann wäre es, denke ich mal, schon die Slave I. Ich habe nämlich noch keine Slave I. Ich möchte mir eine Slave I mit zu meinen Raumschiffen stellen. Von daher hat das jetzt super gepasst, dass die Slave I da ist. Und ja, wenn du Verbesserungsvorschläge hast, teile sie mir gerne mit. Ansonsten freue ich mich sowieso sehr über Kommentare. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ciao!